ja mein lieben jetzt wird hier langsam dark hier wird es dark 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 und lege an der palings brauche ich jetzt eigentlich nicht mir gestohlen bleiben mozina braucht man auch noch ich überlege gerade wo denn die jetzt gewesen sein könnte das ist jetzt hier keine piece gibt das ist mir ein bisschen blöd müssen wir ein bisschen weiter flattern hier jetzt war noch mal ein gori an das hier jawohl da geht es hier noch irgendwas ein paar also ich erzähle mal irgendwo welche noch hm naja mein lieben soll es auch mal geben dass jetzt hier nichts ist geht es eigentlich fast nicht aber ok hier ist eine farm hier unten sogar auf dem fleck hier waren welche hier 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 können wir uns auch nochmal holen hier 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 auf jeden Fall mal mit, wenn der da drin bleibt. Wäre mal geil, dann haben wir nämlich einen Mock. Tja, das Gleckt und Hängt jetzt entweder passt oder passt nicht. Da kommt man ja nicht den ganzen Tag Zeit. Hm. Hm. Da geht's. Jawollo. Ja, da hinten sind wir doch noch Bee Garden, die brauchen wir jetzt auf jeden Fall hier noch. Ich hab ja gewusst, es sind ziemlich viele hier. Na, zack. Äh. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja, sag mal. Na, jetzt aber. Da, gerade wollen wir mich hier veräppeln. Veräppeln lass ich mich hier nicht. Jetzt haben wir auch genug von denen eigentlich, das langt jetzt. Kommen wir hier mal wieder zurück zu unserem Lager. Und dann noch ein paar Bee Garden rein knallen, dass wir Honig, 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 Honig haben. Ähm. Genau. Hier haben wir jetzt eins, zwei, drei. Zack. Ah, ich wäre ja fast gekommen. Wo ist unser Mock? Ein Schlüsseldienst, wie süß ist das denn? He. So. Zum Essen habt ihr hier noch genug, jawoll. Ja, jetzt sammelt sich hier nämlich auch der Honig, das ist gut. Ein hochwertiges Paddel 6 ist ja auch mal mega. Nehmen wir hier auch mal mit. So. Und wieder zurück dann. Oh, wir könnten mal gucken. Na gut, jetzt ist es ein bisschen blöde. Ähm. Später mal, dass wir uns ein Frostallion gönnen. Und mal ganz oben hier die Map hier noch erkunden. Die haben wir noch gar nicht erkundigt, meine Lieben. Was ist denn da los bei uns? Hier fehlt uns noch ein Stückchen hier. Das machen wir aber alles dann mal in Ruhe. Ähm. Und wir müssen jetzt noch mal kurz ein bisschen rein Quarzfarmen gehen, wenn euch das was sagt. So. Mockmünze. Weiß gar nicht, wo ich die habe. Ich glaube unter sonstigem habe ich die drin. Ne, hier war es nicht. Hier war die Mockmünze drin. Und das hier. Und Honig 30, meine Lieben. Muss man auch noch mit ablegen. So. Ja, jetzt geht hier was. So muss es sein. Und hier. Wie sieht es denn hier bei euch aus? 200 Stahl. Äh. Rein damit hier. Torte. Ja gut, wir haben hier nur einen. Was willst du da groß erwarten? So. Wir gehen uns jetzt mal kurz rein Quarzfarmen. Also rein Quarz brauchen wir für die Platine danach. Und natürlich nehmen wir hier mal die ganzen Eisdinger hier mit. So. Ein Säger. Dann ist unser Willkommen. Hoi, was wirst du eigentlich hier eigentlich jetzt hier? Oha Jesus. Ich mache hier meinen Blasmut raus. Oha, das gefällt mir gar nicht. Aua. Butsch. Danke dir, Blasmut. Ne, das wollte ich doch, ich will das hier. Oh ja, genau, Waffenbruch jetzt noch. Vielleicht hätte ich uns kurz zu Anubis hier. Immer dann, wenn wir es brauchen, nicht Waffenbruch. Ja gut, das soll ich machen. Dann müssen wir dann wieder zurück. Dann eben kurz reparieren und dann nochmal. Hm, 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 hm. Oh, da kommen wir da. Uns fehlt hier Holz. Holz, 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 Holz. Ich glaube, wir müssen in der anderen Farm nochmal einen Varsäcker mit reinsetzen. Ha, und Holz, muss man kurz gucken. Die Holzfarben haben wir ja auswählen abgebaut. Holz stand in Palladiumbruchstück. Schon blöd, wenn man jetzt gerade kein Holz mehr zur Verfügung hat, weil Holz ist ja eigentlich immer wichtig. Müssen wir halt immer Holzfarben gehen, meine Lieben. Machen wir doch gern. Später brauchen wir auch noch ganz schön viel Holz für die Carbonfaser. Das muss man uns auch irgendwo irgendwie was überlegen später mal bei der dritten Farm. Bei unserer dritten Base, meine Lieben, wir brauchen nämlich, ihr wisst ja, wie das ist mit den Farmen, eine Produktionsphase wie diese, eine Holz- und, äh, Erzfarm und Stein natürlich auch, und natürlich eine, ähm, Essensfarm. Aber die Essensfarm wie hier, ähm, die, ja, ne, reparieren, zack, sober, passt, weiter geht's. Ja, ich hoffe, jetzt, ja, die laufen ja auf den Pferdern, ja, jetzt tut sich hoffentlich auch was. Naja, gut, es geht. So, was machst du nur hier draußen eigentlich? Was die immer hier so durch die Wand hier durchkletschen, ist auch ein bisschen blöde. Nein, jetzt tutfarm, halt, stopp. Ich wollte dich doch gar nicht hier reintun. So, jetzt. Ähm. Geh nochmal kurz ins andere Lager. Wir brauchen ja da auch Holz und Stein. Ah je, meine Lieben. Ich hab jetzt ab dem Moment Absicht mal, ja, jetzt arbeiten sie alle so, wie sie sollen. Die Schlawiner, jetzt brauchen wir noch ein paar Leiden, ein Bruchstück. Hat sie hier Stein da draußen? Ich glaube, hier draußen hat sie Stein gehabt. Ja, hier hat sie auch nochmal welche. Hier. Das langt uns ja Torrid. Hier hat auch jemand was gebaut. So. Ja, die erste, die uns essen hier alle. Ah ja, wunderbar. So. Jetzt brauchen wir dich hier. Du arbeitest da, dann machen wir den anderen. Eigentlich wollte ich dir auch Steine hinsetzen hier, aber... Ich bin eine Figur, wo ist mir eine Figur im Weg? So. Mach mal da hin. Und dann brauche ich hier drin, oh, ein bisschen viel, eins, zwei, drei, eins. Dumut kann ich raus machen. Ich brauche hier drin jetzt, äh, eine Beegarde und ein Warsec. Ein Warsec für Holz. Oder nehmen wir unser Elektrik hier. Nee, nee, nehmen wir den hier einfach mit dazu. Naja, wer will hier, wer will hier transportieren. Lassen wir mal die Finger davon. Ah, der macht auch hier. So. Nee, nee. Okay. Arbeitssuche-Modus ist hier aktiviert, ich weiß. So, das läuft. Honig läuft, 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 läuft. Ein paar Löl-Lieb hier auch. So, jetzt seht ihr mal, wie schnell es hier dann geht. Zack, zack, zack. Den Honig nehme ich hier mit. Den Herz könnte ich gerade auch schon das 700 mitnehmen. Lassen wir aber jetzt mal. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier nochmal an Palts jetzt nochmal fangen können. Können wir erstmal das hier alles hier ablegen, mal wieder. Und ein Eichen. Oh, jetzt haben sie ja alles ausgebrütet. Wunderbar. Hier brauchen wir noch. Aber jetzt haben wir genug Torten. Jetzt können wir theoretisch uns hier mal die Anubisil breeden. Ich komme hier nicht nach hinten durch. Ist schon ein bisschen blöde hier. Das ist ja etwas zu eng gestellt hier. Uah, ich will nicht ins Feuer. Ich komme wieder raus. Ein Eichen. Ein Eichen. Stimmt. Ich gehe halt aber auch. So. Hm, 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 hm. Ich brauche jetzt 2 Anubisil hier. Ein männliches und ein weibliches. Hier habe ich. Jawohl. ein männliches an ein weibliches ja mal gucken wo die nettiere rumspazieren da geblieben wenn man hier sofort rennen muss und einmal ein törtchen haben wir jetzt hier männlich haben wir jetzt hier beide drin oder wir gehen uns auf jeden fall noch mal einen anubis catchen ja meine lieben mega alter ja ich hoffe nur das hat hier anubisse dann immer wenn ich komme gibt hier keines mehr wir sind aber diesmal gut gewappnet ich glaube wir fallen war solle gefallen meine lieben machen wir jetzt ich fange jetzt hier alles ein was ich sehe um noch alles wieder loszuwerden dass ich Geld habe hier zack zack alle hier die nicht recht da 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 ich habe dich hier eingefangen meine gute da 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 dann da da hier das glaube ich sehen die der weg machte schon Ja. So. So, wir müssen mal hier in dem Ball bleiben. Jawollo! Wie Axel und... Hä? Axel und Oyersk? Was war denn das jetzt gerade bitte? Okay, wir müssen hier raus. Schnell. Der nächste flugt halt auch noch rum. Super. Wir müssen hier rüber. Bambusklamm. Ach ja. Axel und Oyersk. Also... Hatten wir es so hießen wahrscheinlich. So, zurück. Wieder an unser Lager. Ne, Hauptsache wir haben uns ein paar Anubis gecatcht. Haha. Und wir, meine Lieben, sehen uns gleich wieder. Dann... ...